Was jetzt eingeblendet ist, ist die Kombination Stromspeicher, Powerpack, Anschlusskabel, die man braucht und dieses 260 Watt Solarpanel. Übrigens monokristallige Solarzellen und hier geht man auch, sagt der Hersteller, von einer Mindestlebensdauer von 20 Jahren aus. Und ich möchte Ihnen einmal zeigen, wie einfach das zusammenzufalten ist. Ganz einfach zusammengeklappt passt das dann auch in Ihr Campingmobil und parallel gebe ich Ihnen gerne auch hier nochmal die Bestellnummer durch. Das ist die ZX 3078 und die 569. Der TV-Sonderpreis ist natürlich hier auch nochmal ein bisschen reduziert für Sie. Klar, wir wollen Ihnen ja auch was Gutes tun. ...aufstellen mit der doppelten Leistungsaufnahme, 520. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Kabel, das zwei, trotz der großen und gerade zu Hause, möchte ich nur kurz sagen, tagsüber ist man unterwegs, wir sind alle arbeiten. Das heißt, egal wie die Sonne scheint, ich kann es nicht nutzen. Es sei denn, ich nehme den Strom auf über die Sonnenenergie und speichere ihn und abends können Sie ihn dann entnehmen. Beim Camping, da haben Sie hoffentlich sowieso immer schönes Wetter und wenn Sie morgens aufstehen, Solarpanel aufstellen oder jetzt in dem Fall beide Solarpanel und wissen, ich habe für den Abend genügend Strom, egal was passiert. Das ist natürlich perfekt, weil natürlich können Sie das Powerpack auch an der Steckdose ganz normal aufladen zu Hause. Das ist natürlich auch gut und möglich, aber noch besser finde ich persönlich das, wenn ich das auch einfach gratis machen kann. Denn Sonnenenergie ist ja auch gratis und können Sie hier und dann nutzen. Auch da haben Sie den Strom dann immer zu missen. Aber das ist einfach viel, viel praktischer. Und hier haben wir auch nochmal ein Vorteilspack für Sie, natürlich mit dem Solarpanel, weil es so gut zusammenpasst. Auch wieder direktes Anschlusskabel, fünf Meter lang. Und das Schöne ist, bei beiden Geräten, man kann sie gleichzeitig laden und Strom entnehmen. Das geht bei Powerbanks oftmals nicht. Entweder laden oder entnehmen. Hier ist beides gleichzeitig möglich. Aber gehen wir auch nochmal ganz kurz nach. Sie können portable Strom produzieren und speichern. Das geht hier mit diesem Vorteilspack, was wir auch nochmal ein bisschen vergrößert haben. Für diejenigen, die sagen, ich möchte keine Kompromisse machen, haben wir auch noch das Vorteilspack mit zwei von diesem Solarpowerpack. Die Möglichkeiten sind schier unendlich, weil wir ja so viel mittlerweile mit Strom betreiben. Hier richtig robust das Solarpanel. Und dieses Solarpanel bestellen Sie in Kombination mit diesem leistungsstärksten Powerpack aus unserem Sortiment mit der Artikelnummer ZX3145. Und kommen wir zu einem unserer Online-Bestseller. Und so eine Taschenlampe, die braucht man ja immer. Also beispielsweise im Haushalt, wenn mal in irgendeinem Zimmer wieder die Glühbirne kaputt gegangen ist und ausgewechselt werden muss noch abends. Oder im Auto beispielsweise, da muss man immer mal in die Motorhaube beispielsweise schauen. Vielleicht auch im Schrebergarten. Aber eins ist Fakt, so eine lummelige Taschenlampe will doch keiner. Wir wollen noch ein. Unser mobiler Akku-Druckreiniger. Der war schon ziemlich schnell ausverkauft, weil der aktuell sehr gefragt ist. Und ich habe vorher auch, um ehrlich zu sein, noch nie einen Druckreiniger gesehen. Sauber machen wir mit? Ja. Die Anna, du bist doch schon sauber. Die brauchen wir nicht mehr sauber zu machen. Aber so ein Hochdruckreiniger macht einfach Spaß, weil man da immer sofort das Ergebnis sieht. Sie werden sich wundern, wie neu Ihre Fliesen, Ihre Kacheln, Ihre Waschbeton, was auch immer aussieht, wenn Sie da mal richtig mit dem Hochdruckreiniger rübergegangen sind. Das kennen Sie vielleicht. Aber hier haben Sie eben nicht den ganzen Ballast dabei. Sie haben den Wagen nicht dabei. Sie müssen sich nicht um Strom kümmern. Hier ist ein Akku dabei, den Akku bekommen Sie auch mit dazu, inklusive einer Schnellladestation. Das ist eben auch schnell geladen, gar nicht fürs Holz. Hiermit kann man dann das eben ganz einfach hier mal ohne Kabel, ohne Schlauch, einfach das Wasser mitnehmen mit dem Eimer. Und damit kann man dann schon mal eine große Fläche sauber machen. Hier, ich habe mal hier einen Grill hingestellt. Das meinen Sie, wie Ihr Grill aussieht jetzt? Und das ist, ich finde das so furchtbar, wenn da noch ein bisschen Fett dran war von der Vorsaison. Oder Spinnen haben sich da zu Hause über den Akku und die Schnellladestation dazu. Das heißt, du bist immer unterwegs hier mit deinem Akku. Auch wenn der mal leer ist, ist der ruckzuck wieder aufgeladen. Und dann kannst du hier so 20 Minuten, eine halbe Stunde kannst du damit, das reicht für riesengroße Flächen, für Ihren Grill, für Ihr Fahrrad, für Ihre Gartenmöbel. Können Sie alles mit sauber machen. Es ist einfach fantastisch. Ja, und ich gehe auch gerade so das ehemalige Haus von meinem Opa durch im Kopf, weil der hätte alles damit gemacht. Also erst mal die Garageneinfahrt, dann gehen so Treppen hoch bis zur Haustüre. Auch die du sofort siehst. Du hast es gesehen da bei Diana, als sie draußen unsere Steine da, unsere Pflastersteine gemacht hat. Die waren rot. Das wussten wir alle nicht. Die waren alle überrascht. Ich weiß das auch ganz genau an dem Tag, dass wir alle rausgerannt haben, und haben gedacht, was? Echt? So zieht die eigentlich aus. Und ich war so stolz auf mich. Und alle kriegen gute Laune. Wir denken, ja, welche Dekoration können... Und ich weiß das, diese Jewel Jä uh ganz geil da stare. Ja, das ist super. Das war die Füße, die habe ich ja jetzt aber im Kopf gemacht. Ich weiß das, das heißt, was sehr gut gemacht hat. Und auch meine beiden Потому, dass sie erzählt, Und zur Verfügung? Und deswegen, ja. Ja, weil wir uns stock 안 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020